Ja, hallo Freunde, mein Name ist Martin und ich betreibe zusammen mit meiner Frau Daniela den tollen Hechtflock. Ja, und wo findet man den? Also selbstverständlich hier auf Instagram, auf YouTube und TikTok darf da auch nicht fehlen. Wie sind wir zum Angeln gekommen? Ja, das ist ungefähr vor sieben Jahren passiert. Wir waren mit einem befreundeten Pärchen am Lauers Meer unterwegs und da kam uns der Gedanke, Mensch, man könnte auch einen Angelschein machen, denn da haben wir richtig Bock drauf. In den darauffolgenden Wochen haben wir das dann auch so umgesetzt, dann stand die Überlegung an, wo gehen wir denn jetzt angeln? Und naheliegend war die Elefetalsperre, weil 15 Kilometer von uns entfernt, ja, da kommt man schnell hin. Die Regelmäßigkeit, ja, das ist das große Manko, weil wir nehmen uns das immer wieder vor, dann hat aber wieder was anderes Priorität. Das wird dann wieder vorrangig behandelt und wir kommen nicht zum Angeln. Wie ist das bei euch? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Bis bald, macht's gut, euer Martin.